Für unser Öcher Osterbrot, Aachener Osterbrot, für Nicht-Aachener, für Nicht-Öcher, brauchen wir auch Succade, das ist Zitronat und Orangensaat. Zitronat ist von der dicken, großen Zitrone die dicke Schale kandiert und Orangensaat ist von guten, würzigen Orangen die Schale kandiert. Leider kriegt man das bei uns heutzutage nur noch schon fix und fertig gewürfelt in so einer Plastikpackung, wenn man das Glück hat, in einem guten Früchtehaus das noch frisch zu bekommen, entweder aus der Türkei oder in einem Reformhaus, also man muss einfach ein bisschen danach suchen, dann tut man seinem Osterbrot was sehr Gutes an, das schmeckt einfach viel besser als das aus der Plastikpackung.